Wenn eine Straße in Deutschland Geschichten zu erzählen hat, dann ist es wohl die Reeperbahn, ne? Ich muss sagen, ich hatte lange Zeit ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Reeperbahn und so. Und mir war das immer wahnsinnig, mir war das zu aggro da. Mir war das zu viel Aggressivität, mir war das zu laut, das war mir irgendwie unangenehm da. Ich war auch mal dabei, als es in den McDonalds total eskaliert ist und so. Obwohl es im Nachhinein natürlich, ja, also war auch irgendwie ein bisschen witzig, ist ja am Ende nichts passiert und so weiter. Aber, so, und dann war ich irgendwie ganz, ganz lange Jahre nicht auf der Reeperbahn. Und dann war ich ganz, ganz lange nicht auf der Reeperbahn. Und dann war ich mal für ein Konzert in Hamburg mit Frau Carlo. Es war ein Konzert von Sophie Hunger, falls ihr die kennt. Ich finde die ganz großartig, fantastisch. Und da waren wir auf einem Konzert von Sophie Hunger. Und dann sind wir noch so über die Reeperbahn gegangen. Und zwar, also ich sag mal, wie soll ich das, ich sag mal so von Höhe Pennymarkt, falls ihr das kennt, Richtung große Freiheit, dieser Konzertsaal und so. Da sind wir so die Reeperbahn runtergegangen und so Arm in Arm sind wir da so nebeneinander runtergeschoben und so. Und ich hatte vielleicht auch schon ein, zwei Bier getrunken, dies, das. Und ich hab mich, ich hab mich sowas von amüsiert, ne. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne. Wir waren jetzt halt nirgendwo drin oder so. Und, aber ich hab, ich hab die Leute so gerne beobachtet. Frau Carlo war das alles nicht geheuer. Das fand ich aber auch ganz witzig, weil es ihr so ging wie mir, zehn Jahre vorher und so, wo ich da das letzte Mal da war. Wo ich bewusst die Reeperbahn runtergegangen bin. Und, ähm, das war so irgendwie, äh, die Leute zu beobachten, die Stimmen zu hören, wie die Leute reingehen in die Läden, wie sie wieder rauskommen, ähm, die Polizeieinsätze zu beobachten, äh, angesprochen zu werden. Ich war, ich hatte irgendwie, ich war irgendwie so hyped oder so happy, dass ich dieses Sophie-Hunger-Konzert gesehen hatte oder dass ich Sophie-Hunger-Live gesehen hatte endlich mal. Ähm, ich hatte wirklich, also es war wirklich ein fantastischer Abend und dann war irgendwo so ein, äh, Polizeieinsatz, äh, und Geschreie bei der, bei der großen Freiheit da bei dem Laden und so. Und, ähm, Frau Carlo so, ah, wollen wir jetzt hier nicht mal irgendwie. Und ich so, nein, wieso denn? Lass uns doch hier so in die Ecke stellen, lass uns mal ein bisschen gucken und so. Aber jetzt nicht im Weg rumgestanden, sondern wir haben uns dann so wirklich an die Seite gedrückt und so, dass wir da, dass wir jetzt niemandem im Weg stehen und so. Weg von der Straße und so weiter, haben uns da ein bisschen dünner gemacht und so weiter. Aber ich hab einfach mal so ein bisschen gucken und so, einfach mal so ein bisschen gucken, dann wird sich ein bisschen geschubst und so. Und das war irgendwie, es ist nicht meine Welt, aber es war so, es hat mich entertaint in dem Moment. Es war so ein bisschen, es war einfach das Leben. Es war einfach das Leben. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Es ist viel passiert, viele Stimmen und viele Gesichter, was die Leute so anhatten und so, wie sie sich aufgehübscht haben, wie sie sich aufgedonnert haben und so. Das, das fand ich irgendwie gut in dem Moment. Ansonsten kann ich mir vorstellen, wie gesagt, Ludenkönige der Ripperbahn, kann ich mir vorstellen, äh, das kannst du eine Endlosserie davon machen, oder? Da kannst du eine Endlosserie davon machen. Die frühesten Anfänge und so, das stelle ich mir schon geil vor. Da auch mal reinzugucken. Wie war denn das auf der Ripperbahn? Wann ging das richtig los? Wie war das in den 20er Jahren oder so? Weiß ich nicht, oder? Wie war das in den 60ern? Gut, dies, das. Aber wie war das so, als wirklich alles noch schwarz-weiß war? Ihr wisst ja, wo die Welt noch schwarz-weiß war, das ist ja kein Gag, ne? Es ist, ihr denkt immer, Fernsehen, Farbfernsehen, schwarz-weiß-Fernsehen und so. Das ist trotzig keiner zu sagen. Früher war die Welt wirklich schwarz-weiß. Ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiß. Müsst ihr mir ja nicht glauben. Aber, ähm, ich habe diese Streamer-Autorität eigentlich, ne? Eigentlich, was so ein Streamer sagt und so, das hat eigentlich erstmal, oder? Ist das nicht so? Dann hat eigentlich Gewicht, oder nicht? Früher war Welt schwarz-weiß. Naja. Ja, hab ich kleinen Spaß gemacht, ne? Hab ich einen kleinen Scherz gemacht. Ja, sorry. Sorry, sorry, sorry. Kleine. Ich beliebe zu spaßen. Sorry, 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 sorry. Bis zum nächsten Mal.